Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, an dieser Stelle will ich mich erstmal bei der Piratenfraktion für diesen Antrag bedanken, denn er gibt uns die wunderbare Gelegenheit, hier das vorbildliche Vorgehen der Landesregierung darzustellen, und zwar hier im Plenum. Ich gebe Ihnen recht, dass Steuergestaltungsmodelle mithilfe von Share-Deals alles andere als wünschenswert sind, nicht tolerabel sind. Wieder einmal werden hier mitunter an anderer Stelle sinnvolle Regeln, ähnlich wie bei Briefkastenfirmen, genutzt, um Steuern zu umgehen, und das ist unethisch. Ich glaube, da sind wir uns hier alle einig. Das ist Betrug an unserem Gemeinwesen. Jährlich gehen dem Staat dadurch Hunderte oder Millionen Euro an Grunderwerbsteuer durch die Nutzung. Nein, das ist kein Vorwurf, sondern das ist eine Tatsache. Share-Deals ist eine noch legale Lösung. Da haben Sie recht, aber auch das war legal. Und ein Finanzminister muss dazu stehen, Gesetze eben durchzusetzen. Und dann muss man auch das hinnehmen, auch wenn es schwerfällt, wenn es... Herr Witzel, Herr Witzel, haltet Sie doch zurück. Es bringt doch nichts. Herr Witzel, es bringt doch nichts. Und dass das nicht legal ist, das war uns doch allen klar. Es ist ja nicht neu gewesen. Es ist schon richtigerweise hier hingewiesen worden, dass wir bereits im Dezember 2014 entsprechend hier gehandelt haben. Ich glaube, der Finanzminister weiß auch, was Steuergerechtigkeit ist und wie man Steuergerechtigkeit umsetzt und verfolgt. Ich darf Sie nur daran erinnern, allein an den Ankauf der Steuer-CDs, die ja auch von Ihnen groß ins Gerede kamen, ob man das so machen kann. Ich glaube, er ist nicht nur in unserem Land dafür berühmt, Steuergerechtigkeit durchzusetzen, nicht nur bundesweit. Ich glaube, das hat sogar mittlerweile europäische Ebene erreicht. Und das kann sicherlich nicht jeder Finanzminister so für sich nachweisen. Ich meine, Sie haben jetzt fleißig recherchiert. Sie waren ja auch in unseren Sitzungen anwesend. Der Finanzminister hat berichtet. Und er hat sogar im August, September im Haupt- und Finanzausschuss gesagt, Haushalt und Finanzausschuss gesagt, dass er für eine 75-prozentige Lösung ist. Allein daran konnten Sie doch merken, dass Sie vielleicht mit diesem Antrag jetzt uns eine gute Vorlage liefern oder zu spät kommen. Eins von diesen Möglichkeiten ist drin. Ja, wenn es dann mal so einfach wäre, dann könnten Sie auch noch weiter recherchiert haben. Nämlich es gab schon mal eine rot-grüne Bundesregierung, die hat den Anteil von 99 Prozent auf 95 Prozent gesenkt. Und damit natürlich auch gedacht, das Problem wäre gelöst. Aber Leute, die Steuerumgehungstatbestände suchen, werden Sie finden. Und das ist dann unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen und sie zu lösen. Den Antrag der CDU, ja, es ist ja weniger ein Antrag zu Sharedeals, sondern zu Steuersenkungen. Sie wollten sicherlich noch mal hier in dem Gespräch vorkommen, unsere Finanzpolitik als gescheitert zu bezeichnen, wie Sie es hier in der Überschrift machen. Die können wir ja nur weit von uns weisen. Und wenn hier was nicht gescheitert ist, dann ist das die Finanzpolitik dieses Landes. Und dann bedanke ich mich für Ihr Interesse, dass eine Arbeitsgruppe tätig ist, ist allseits hier jetzt ins Bewusstsein gerückt worden. Und ich gehe zuversichtlich davon aus, dass uns der Finanzminister noch in diesem Jahr im Ausschuss berichten wird, wie erfolgreich er war. Dankeschön. Applaus